Seien Sie herzlich willkommen zur zehnten und letzten Vorlesung in meinem Kursteil Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir noch mal zurück mit all dem, was wir bisher gelernt haben auf die Chemie der Carbonylgruppe, also der CO-Doppelbindung. Schauen, was für weitere Reaktionen man an dieser CO-Doppelbindung eigentlich machen kann und widmen uns einer ganz besonderen Reaktion, nämlich der Friedel-Krafts-Azyllierung. Fassen wir also mal zusammen, was wir alles über die nukleophile Addition an Carbonylverbindungen bisher gelernt haben. Sie erinnern sich, Carbonylverbindungen sind Stoffe, in denen wir eine CO-Doppelbindung vorliegen haben. Und dann jeweils einen Alkyl- oder Arhyl-Rest. Und dann haben wir zwei Beispiele insbesondere besprochen, bei denen das X entweder ein Wasserstoff ist, dann sprechen wir von Aldehyden oder ein weiterer Alkyl-Rest, in dem Fall reden wir von Ketonen. Das heißt, der prinzipierter Ablauf so einer nukleophilen Addition wäre ein nukleophiler Angriff auf unser Delta-positives SB2-hybridisiertes Kohlenstoff, unserer Carbonylverbindung. Und dann würden wir nach der Reprotonierung unseres Sauerstoffs hier unser Addukt bilden. Und hier nochmal eine Übersicht charakteristischer Reaktionen, die wir bereits kennengelernt haben und die Sie alle mit Inhalt füllen sollten mittlerweile, benutzen wir als nukleophil ein H-Analog, also ein Hydrit, in Anführungszeichen. Sie wissen, H- ist viel zu reaktiv und kann so nicht existieren. Das haben wir an den Beispielen von Lithium-Aluminium-Hydrit oder Bohrhydrit einmal durchgesprochen. Dann erhalten wir bei der nukleophilen Addition an unsere Carbonyl ein Alkohol. Ist unser nukleophil Wasser, erhalten wir ein Hydrat. Bei der Reaktion mit Alkohol erhalten wir unser Halbacetal oder Halbketal, das dann bei weiterer Folgereaktion und Eliminierung von Wasser zu einem Vollacetal oder Vollketal werden kann. Ist unser nukleophil ein Amin, so erhalten wir als erstes Addukt unser Halbaminal und bei der weiteren Kondensation ein Imin. Dasselbe auch hier mit dem Hydrazin analog, je nachdem was R ist, erhalten wir unser Halbaminal und später eine Hydrationverbindung unter Elimination von Wasser. Haben wir eine Ch-Azide-Verbindung, erhalten wir als erstes ein Aldol und können dann in Folgereaktion Alpha-Beta-ungesättigte Ketone erhalten. Wir haben auch ein paar Fälle durchgesprochen, bei denen es um die Substituenten, also die Effekte ging, die ein Substituent auf die Reaktivität unseres Carbonyls ausübt. Und hier haben wir so eine Reihe mal aufgeschrieben, von links nach rechts nimmt die Carbonyl-Aktivität gegenüber einem nukleophilen Angriff zu. Das heißt also, das hier ist sozusagen die Reihe, die von links nach rechts eine steigende Elektrophilie des Carbonyl-Kohlenstoffs darstellt. Das heißt also, inwiefern reaktiv ist unsere Carbonyl-Verbindung gegenüber einem nukleophilen Angriff. Und da wissen wir, das Carboxylat-Anion, das ist ein sehr stabiles Anion und in diesem Fall können wir diese negative Ladung hier des Carboxylats auf das gesamte Molekül verteilen. Das heißt also, gegenüber einem nukleophil ist dieses Carboxylat nahezu unreaktiv. Eine Carbonsäure können wir unter Umständen zur Reaktion bringen, zum Beispiel bei, Sie erinnern sich aus der letzten Vorlesung, durch Protonierung, ja, Carbonsäure-Amide, ja, Sie erinnern sich noch, die Amid-Bindung ist eine sehr starke Bindung, ja, also lässt sich aber trotzdem mit starken Säuren oder Basen hydrolysieren. Carbonsäure-Ester sind schon deutlich reaktiver, ja, so hier können wir eine Hydrolyse oder auch einen nukleophilen Angriff relativ leicht vornehmen. Noch leichter geht das bei der Thiokarbonsäure, bei den Thiokarbonsäure-Estern oder den Ketonen. Ja, Aldehyde sind sehr zugänglich für einen nukleophilen Angriff und wie wir in der letzten Vorlesung gelernt haben, sind Säureanhydride oder Säurechloride besonders gut geeignet zur Umsetzung mit Nukleophilen. Sie erinnern sich auch an den sauren Charakter der Wasserstoffe in Alpha-Position zu einer zu einer Carbonyl-Gruppe, die nutzen wir hier bei der Aldol-Addition oder sogenannten Aldol-Kondensation, ja, das heißt in einem ersten Schritt deprotonieren wir unsere Carbonyl-Verbindung, in diesem Fall ein Acetaldehyd und formen hier unser Enolat, ja, so En-Doppelbindung und ein Alkoholat, also eine O-Gruppe. Nun haben wir unser Carbonyl also auch in einen guten Nukleophil verwandelt, ja, das heißt wir haben hier jetzt eine Verteilung dieser negativen Ladung wieder auf das gesamte Molekül und haben deswegen nun auch hier ein Delta-negatives, Sb2-hybridisiertes Kohlenstoff, was dann auch an einem weiteren Aldehyd angreifen kann. Ja, dieser nukleophile Angriff wird auch als Aldol-Addition bezeichnet. In einem weiteren Schritt kann nun dieses Addukt hier, was wir hier gebildet haben, mittels dem umliegenden Ethanol, was wir hier im ersten Schritt generiert haben, reprotoniert werden und wir können unter Kondensation, ja, also unter Abspaltung von Wasser, unser Endprodukt bilden. Ja, das heißt in diesem Fall reprotonieren wir hier unser Produkt der Aldol-Addition über das Ethanol und erhalten somit hier eine OH-Gruppe und saure Protonen Alpha zu einer Carbonyl-Gruppe, ja, das heißt diese Protonen können relativ leicht abgespalten werden, ja, sie können dann auch wieder diese OH-Gruppe hier reprotonieren und dementsprechend ein Wasser eliminieren. Ja, den zweiten Schritt habe ich hier nicht extra noch eingezeichnet, ja, aber Sie können also diese negative Ladung, die Sie hier aus der Abspaltung von diesem Wasserstoff erhalten, hier an einem dieser Carbonylsauerstoffe lokalisieren, diese Ladung kann dann wieder auch zurückkommen und diese neue Doppelbindung, die Sie hier geformt haben, kann dann unser OH- eliminieren. Dadurch erhalten Sie hier diese Doppelbindung an unserem Carbonyl. Ein Spezialfall dieses Reaktionstypus ist die Gleisenkondensation oder auch die Azylierung eines Esters, ja, in diesem Fall haben wir hier unseren Essigsäure-Etyl-Ester, ja, das wäre dann die Essigsäure und hier wäre unser Ethylrest und wir können analog zu der Aldolkondensation, die wir gerade durchgesprochen haben, hier in einem ersten Schritt eines dieser sauren Protonen an unserem Essigsäure-Etyl-Ester abstrahieren. Sie erzeugen also auf diese Art und Weise wieder hier Ihren Ethanol und einen guten Nukleophil, der dann wiederum einen nukleophilen Angriff auf einen weiteren Essigsäure-Etyl-Ester vornehmen kann. Nun können Sie Ihr Alkoholat, also die Bars, die Sie im Antrieb haben, angesetzt haben, wieder aus dem Molekül abspalten, ja, dieses Ethylalkoholat hier ist eine besonders gute Abgangsgruppe, das heißt also, wenn wir hier unsere Carbonyl-CO-Doppelbindung neu formen, schauen wir, was hier für Substituenten an diesem Kohlenstoff hängen und siehe da, wir haben hier starke Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, also ist unser, und unser Alkoholat hier ist eine gute Abgangsgruppe, also wird diese eliminiert. So, das wäre also unser fertiges Produkt, ja, aber auch hier wieder haben wir zwei sehr saure Protonen, ja, die sind in der Nähe von zwei Carbonyl-CO-Doppelbindungen, also in Alpha-Position und diese können natürlich durch unser Alkoholat, was wir gerade generiert haben, auch wieder deprotoniert werden. Dieses Anion, was Sie hier generieren, ist auch sehr, sehr stabil, ja, Sie können sich vorstellen, Sie können diese negative Ladung, die ich hier an dem rechten Sauerstoff verortet habe, auch ganz einfach über das gesamte Molekül verteilen, in so einer, in den einzelnen mesomeren Grenzstrukturen. Insgesamt haben Sie also zwischen zwei Molekülen, hier in diesem Schritt, dieser nukleophilen Addition, haben Sie zwischen diesen beiden Molekülen eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung generiert, ja, das heißt also, die Kleisen-Kondensation, ja, oder diese Azylierung eines Esters, ist eine sehr gute Reaktion, eben um solche stabilen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zu bilden. Wie schon angesprochen, machen wir uns bei der Kleisen-Kondensation die Azidität von Alpha-Kohlenstoffen in Karbonyl-Verbindungen zu nutze, das heißt also, wir können auch intramolekulare Kleisen-Kondensation vornehmen, in der Anwesenheit von Base, und jedes Mal dabei, ja, die Base deprotoniert hier den Kohlenstoff in Alpha-Position, ja, das heißt also, dieser, von hier aus geht dann der nukleophile Angriff auf das gegenüberliegende, auf den gegenüberliegenden Ester, und sie erhalten dann dementsprechend hier ihre neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, ja, auf diese Art und Weise, ja, diese, diese Generierung dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen aus dieser Kondensation bezeichnen wir als Azylierung, ja, noch als Beispiel hier, ja, die Umsetzung von Bernsteinsäure-Dimethyl-Ester mit Oxalsäure-Dimethyl-Ester hier zu diesem, zu dieser neuen Verbindung, bei der sie diese CC-Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung neu geschaffen haben, durch Kondensation. Das heißt also, zusammenfassend, wenn wir die Gleisen-Kondensation der Aldol-Kondensation gegenüberstellen hier, dann haben wir bei der Gleisen-Kondensation die Eliminierung eines Alkohols aus einem dieser, dieser Carbonsäure-Ester, ja, also hier in grün eingezeichnet, sie eliminieren bei der Gleisen-Kondensation als kleines Molekül ein Alkohol und machen hier eine C-H-Azide-Verbindung, ja, das heißt also, sie erinnern sich hier, am Alpha-Kohlenstoff haben wir jetzt zwei saure Protonen. Bei der Aldol-Kondensation demgegenüber eliminieren wir den Sauerstoff von einem unserer Carbonyle, in Form von Wasser zum Beispiel, und erschaffen so eine konjugierte Verbindung. Die Konjugation in den Produkten dieser Aldol-Kondensation sehen Sie hier oben, ja. Hier sehen wir die beiden mesomeren Grenzstrukturen, in denen wir diese Doppelbindung, im Prinzip, über das gesamte, über das gesamte Molekül hier verlagern. Das heißt also, wenn wir uns die Elektronendichte innerhalb dieses konjugierten Systems einmal genauer anschauen, ja, dann sehen Sie aus dieser extremen Schreibweise dieses Mesomers, dass wir hier an diesem Sauerstoff eine Delta-negative Polarisierung haben, aber an dem Beta-Kohlenstoff im Vergleich zu der Carbonylgruppe eine positive Polarität haben. Das heißt, Sie können sich vorstellen, ja, dass wir besonders an diesem Beta-Kohlenstoff besonders gut einen nukleophilen Angriff durchführen können. Diese Polarität des Beta-Kohlenstoffes, die machen wir uns auch sogleich zunutze, und zwar in der Michael-Addition, ja, nicht etwa, weil es im angelsächsischen cooler klingt als Michael, sondern weil diese Namensreaktion benannt ist nach dem amerikanischen Chemiker Arthur Michael. Ja, das heißt also, hier in einem ersten Schritt deprotonieren wir unser Nukleophil mit einer Base, ja, und erzeugen hier ein besseres Nukleophil. Und wir können in einem zweiten Schritt hier von unserem Nukleophil aus auf unser Beta-Kohlenstoff angreifen. Dabei nutzen wir, wie gesagt, die Konjugation innerhalb des gesamten Moleküls hier aus. Und Sie erschaffen somit hier ein Additionsprodukt und ein Enolat, ja. Nun wissen wir auch, ja, wir haben hier immer noch unsere protonierte Base. Das heißt also, dieses Proton können Sie jetzt über den Alpha-Kohlenstoff ausabgreifen. Und damit erzeugen Sie nun, ja, das Produkt unserer Michael-Addition. Bei Beta-Ketosäuren passiert allerdings auch noch etwas anderes, nämlich eine sehr leichte Dekarboxylierung. Ja, das ist also eine chemische Reaktion, bei der ein Kohlenstoffdioxid-Molekül abgespalten wird. Ja, das haben Sie auch insbesondere bei der enzymatischen Katalyse, ja, also der Dekarboxylierung von Karbonsäuren. Ja, das heißt, in diesem Fall erhalten Sie aus Ihrem Alpha-Aziden-Molekül, ja, oder Ihrer Beta-Oxokarbonsäure, dementsprechend Ihr Karbonyl unter Abspaltung von CO2. Und diese Abspaltung verläuft auch mittels Tautomerie, also der intramolekularen Wanderung eines Protons, des sauren Protons nämlich, und der Abspaltung von CO2. Dabei greift sich hier im 6-gliedrigen Übergangszustand unser Sauerstoff, das Proton. Sie knacken hier diese OH-Bindung und machen eine neue Sauerstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf. Ja, und dieses in blau eingezeichnete Molekül hier, da sehen Sie schon, aha, das ist unser CO2, also unser Kohlenstoffdioxid, und das ist für sich genommen stabil und er kann also auch als Gas entweichen. Und Sie bilden hier eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Und dementsprechend eliminieren Sie auf diese Art und Weise hier Ihr CO2 und Sie erzeugen ein Enol. Ja, und jetzt können Sie natürlich auch hier wieder in der Anwesenheit einer Base, ja auch einer schwachen Base, dieses Enol in Ihre Karbonylverbindung überführen, indem Sie hier natürlich sich dieses Proton abgreifen, hier eine CO-Doppelbindung neu formen und ein anderes Proton irgendwo aus der Lösung wieder aufgreifen, um hier Ihr saures CH3 zu bilden und hier Ihre Karbonylgruppe. Wie ich schon sagte, spielt die Dekarboxylierung im biologischen Stoffwechsel eine ganz besondere Rolle. Ja, irgendwoher kommt ja schließlich das CO2, das wir ausatmen. Und das sehen Sie hier links am Beispiel des Citratzyklus, ja. Das NAD und das NADH haben wir bereits kennengelernt. Das heißt also, sobald wir das NAD in seiner oxidierten Form vorliegen haben, möchten wir das gerne in ein reaktives NADH überführen, ja. Und das geht zum Beispiel mittels der Umsetzung von NAD+, mit unserem Isocitrat, ja. Das heißt in diesem Fall, wir gucken uns hier diesen Kohlenstoff an, oxidieren wir diesen Kohlenstoff, dementsprechend reduzieren wir das NAD+, zu NADH, ja. Das NADH kann dann weitergehen und andere Reaktionen im Zellstoffwechsel fortführen. Und hier haben wir auf diese Art und Weise unsere Beta-Ketosäure geschaffen. Das heißt auch hier sehen Sie wieder in Beta-Position zu unserer Carbonyl-Gruppe hier dieses Carbonyl. Und das können wir jetzt mittels CO2, also das können wir jetzt auch abspalten als CO2 und Sie erhalten dann als Endprodukt Ihr Oxoglutarat und natürlich CO2-Gas. Dasselbe haben Sie ebenso bei der Fettsäure-Biosynthese. Sie erinnern sich, bestimmte Fettsäuren muss der Körper selber herstellen, weil wir die nicht, also bestimmte Fettsäuren können wir auch selber herstellen. Und das haben Sie hier, Sie nehmen, also enzymatisch gebildet, haben Sie hier ein Malonyl und ein Azyl. Durch Kleidenkondensation erzeugen Sie hier ein 2-Azyl-Malonyl-Rest hier und haben dann ebenfalls hier diese Konfiguration einer Beta-Ketosäure. Und auch hier können Sie wieder Kohlenstoffdioxid hier in blau markiert eliminieren und ein 3-Oxo-Azyl, ja, also eine Alpha-Azide-Verbindung generieren, die dann für weitere Reaktionen eingesetzt werden kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja, Sie können in der Natur nicht nur dekarboxylieren, sondern auch karboxylieren. Und das ist ein wichtiger Prozess und der erste Schritt bei der Fettsäure-Biosynthese. Hier in diesem Fall nehmen wir ein Hydrogencarbonat, also ein in Wasser aufgelöstes CO2-Molekül und können das Ganze jetzt hier phosphorylieren, ja. Das heißt also, wir setzen ATP, ein Nukleotid, nämlich das Adenosin-Triphosphat ein, ja, und haben hier dann unsere Phosphatgruppe an unserem Carbonat, ja, hängen. Das kann wiederum mit Biotin reagieren, ja, die aktive Gruppe hier ist hier eingezeichnet, ja, also diese Amine, äh, diese Amine, die Sie hier haben, an das können Sie jetzt Ihre CO2-, ja, Ihre CO2-- funktionelle Gruppe anschließen und die dann dementsprechend an eine weitere Carbonyl-Verbindung übertragen, ja. Ja, also hier wäre das Produkt dann unsere 3-Oxosäure, ja, also eine Carbonyl-Verbindung und Sie erhalten das Biotin wieder zurück. Bevor wir uns weiter mit der Azyllierung beschäftigen, also der Bildung einer C-C-Einfachbindung, rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, wie elektrophile Substitutionen an Aromaten abläuft, ja. Das geht zurück auf unsere ersten Vorlesungen. Sie erinnern sich, wir brauchen in einem ersten Schritt die Aktivierung unseres Elektrophils, ja, also hier in diesem Fall hätten wir, ja, zum Beispiel ein, ja, ein Alkylchlorid oder ein Alkylbromid, das wir mittels eines Eisensalzes aktivieren und damit unser aktives Elektrophil generieren, ja. Dieses aktive Elektrophil kann jetzt zum Beispiel mit einem, ja, mit einem Benzol koordinieren, ja, also hier oder mit irgendeinem anderen Aromaten. Sie bilden dann, ja, ihren Sigma-Komplex, also die Bildung einer neuen Kohlenstoff-Rest-Bindung, ja, einer Sigma-Bindung, ja, dieser Komplex ist natürlich wegen der Aromatizität stabil, das heißt, Sie können diese positive Ladung überall entlang des Aromaten delokalisieren und zum Schluss, ja, deprotonieren Sie wieder und bekommen Ihre aromatische Verbindung zurück. Diesen Prozess kennen wir bereits als Friedelkraftsalkylierung, ja, auch das wieder eine Wiederholung. In diesem Fall haben wir hier unser Methylchlorid, ja, auch hier wieder ein Delta-negativer Chlorsubstituent. Sie wissen, Chlor ist elektronegativer als unser Kohlenstoff, ja, deswegen hier eine polare Bindung. Diese Verbindung können wir jetzt mittels Aluminiumchlorid, ja, einer Luelssäure in eine aktive, ja, in eine sehr reaktive Verbindung überführen, ja, hier unser Methylkation. Und dieses kann dann dementsprechend mit einem Aromaten durchreagieren, wie Sie es eben gerade auf der letzten Folie gesehen haben. Und diesen Prozess bezeichnen wir als Friedelkraftsalkylierung. Die Friedelkraftsacylierung läuft analog ab. Allerdings haben wir in diesem Fall bei der Bildung unserer neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung kein Alkyl, ja, aktiviertes Alkyl als Elektrophil, sondern wir fangen mit einer Carbonyl-Verbindung an. Hier in diesem Fall generieren wir mittels Aluminiumchlorid aus unserem Säurechlorid ein Azylium-Ion. Ja, also auch hier wieder können Sie die Ladung delokalisieren. Und genau dieses Azylium-Ion kann dann in analoger Weise, wie wir es bereits auf den letzten zwei Folien angesprochen haben, mit einem Aromaten durchreagieren zu einem Keton. Ja, Problem ist allerdings bei dieser Art von Reaktion, ja, wenn Sie Aluminiumchlorid einsetzen, können Sie auch relativ leicht Ihr Aluminiumchlorid an, ja, an diese Carbonyl-Bindung anlagern. Ja, das heißt also, Sie müssen, wenn diese Reaktion vonstatten gehen soll, mindestens eine äquimolare Menge an Aluminiumchlorid mit einrechnen, ja, die nur diesen stabilen Komplex bildet, ja. Ja, das heißt also, alles was darüber hinausgeht, wird uns dann unser Azylium-Ion bescheren, ja, das dann diese Friedelkrafts-Azyliierung durchführen kann. Mittels Friedelkrafts-Azyliierung erhalten wir dann also unsere aromatischen Ketone. Und hier sehen Sie einige davon, hier das Acetophenon, das wird besonders eingesetzt, ja, in ätherischen Ölen. Benzophenon finden Sie als Fotoinitiator zur Härtung von Harzen und Tinten. Oder das Chalkon, ja, das wird insbesondere in der Parfümerie eingesetzt. So, das bringt uns auch zum Ende des ersten Teils der organischen Chemie für Nebenfächler. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude an diesem etwas anderen Format der Vorlesung und sind gut mitgekommen. Es geht weiter mit den Derivaten anorganischer Säuren, ja, die wir bereits in der vorletzten Vorlesung kennengelernt haben. Und ab nächster Woche dann mit Professor Christoph Ahrens. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Freude bei diesem Kurs im weiteren Verlauf. Und verabschiede mich.